Hey, Süd-Südafrika bin ich noch nie gefahren. Zweite Startreihe? Ich wollte dich ganz gut da fahren. Ich hab da vor allem noch den Citroën getestet. Oh, ich bin erster. Oh, mal gucken, ob ich das heute im Rennen auch mal erreicht. Jetzt ist mir nicht mal unser Chaos ganz hinten. Der muss erst vorbei, Leute. Beim Tuch steht einfach ein paar Millimeter vor mir, alles klar. Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Ich muss noch mal erklären, wie du es so gut startest. Und dann hast du eine Handbremse. Naja, ich hab nur... Nicht reden mit dem Ding. Ach so. Weil der ist hinter mir, ne? Ich hab so richtig... Boah. Jetzt, jetzt, jetzt wird es heftig. Jungs, nicht abbremsen. Oh. Hätte ich gerade volle gerade abgeladen. Ja, wer hat da eigentlich Vorfahrt beim Joker-Eingang? Ja, das frage ich mich auch, weil... Nein, wenn ich hinter dir bin, dann kann ich eigentlich schlecht... Und müsste ich ja nicht umflügen, wenn ich vor Gas gebe. Wenn der da vorne ist, dann... Na klar, der... Einmal rasch ich dann innen vorbei auch dann. Wow. Was ist denn der? Wir müssen jetzt mit dem Joker schlau kalkulieren. Ah, jetzt hat es stimmt's. Vielleicht jetzt mal Joker'n. Ich hab's geschafft. Ja, da ist auch weit und breit niemand. Ach, komm. Das war ein 360. Ach du guter Gott. Was hast denn du jetzt gemacht? Da ist noch ein Sieg. Ah, Alter, ich durfte einmal die Botanik hier ein bisschen erkunden. Warte mal, das war jetzt Jan oder Jannik? Welcher Name nochmal? Jan. Ja. Jan, Alter, wir haben einmal Mercedes Crash von Barcelona 16 nachgemacht, ey. Du warst da was bei Hamilton. Nur mit dem Unterschied, du hast dich halt gebremst, im Gegensatz zu Hamilton. Das war... Ich hab mit allen vier Rändern auf Gas angebremst. Ja, ich wollte recht die Seite zu machen, aber du wirst noch weiter recht gefahren. Ich war. Genau. Und Lukas, den liebt es gar nicht. Der ist einfach vorne. Den sieht man auch gar nicht mehr Rennen irgendwie.